Der Apo kennt halt alle Offiziere, damit man sie nicht täuschen kann. So, ein paar Bonusbücher abgreifen, was man halt so macht. Läuft der da hinten? Oder bleibt der die ganze Zeit da stehen? Das will ich kurz testen. Ja, okay, er läuft. Das ist schlecht, dass er läuft. Aber er läuft nur in gewissen Abständen, er läuft dort, bleibt ewig stehen und dann läuft er irgendwann wieder hier hin oder nach da. Das ist mein Ding. Bin auf dem Weg. Verdammt, er hat es nicht dabei. Jawohl, Sir. Ja, wollte gerade sagen, findet er ihn jetzt, lad mal das einfach nicht. Wollte halt nur gucken, aber er schüttelt es vielleicht hat. Dann nehmen wir halt mal hier die Trammer nach unten. Ah, cool, hier waren wir gerade. Da unten sind wir auch gewesen. Wann mal sind wir jetzt hier schon? Ja, hier sind wir doch nach oben durch. Nee, doch, doch. Ah, hier geht's noch weiter. Hallo? Draußen? Wo ich mir auch hier frage, eigentlich müsste man doch auch da durchkommen, aber... Scheinbar ja nicht. Die Frage ist auch, ob man vielleicht die Bettlagen aus einem Fenster heraus irgendwie benutzen kann. Also, ich versuche halt gerade nur einen Weg zu finden, das außen da so umgehen. Aber das wird scheinbar mit wenig Glück erfolgen. Na, nicht an die Wand lehnen. Oh, 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 wo steht er? Oh mein Gott. Das ist nämlich ihr Schäffe. Okay, die arbeiten alle fleißig. So muss doch mal mit. Hab ich perfekt jetzt so hingelegt, dass er es nicht sieht, ne? Bin auf dem Weg. Mal rausgehen und mal nur durchgucken. Weil, der raucht jetzt ja eins weiter hinten. Jetzt läuft er nach vorne und ignoriert die Flasche gekonnt. Zack, zack. Grabben. Mitnehmen. Fertig. Oh ja, das ist eine schöne Uniform, ne? Die nehmen wir doch jetzt. Das war kein Problem, bin auf dem Weg. Jawohl, Sir. Das ist eine richtige, gute Generalsuniform. Und Zigaretten. Das war kein Problem, bin auf dem Weg. So, und hier ist bestimmt das Codbuch. Super. Wir haben keinen Platz mehr. Ähm, ja, legen wir hier das weg. Das war kein Problem. Die Flasche will ich da eigentlich auch nicht stehen lassen. Jawohl, Sir. Bin auf dem Weg. Naja, egal. Jawohl, Sir. Gibt es hier noch was? F-10? Ja. Wie es hier noch was gibt. Hier noch was. Mehr Gift. Geht nicht. Das war kein Problem. Bin auf dem Weg. Hier noch was. Das war kein Problem. Jawohl, Sir. Bin auf dem Weg. Jawohl, Sir. Verdammt. Bin auf dem Weg. Ähm, nee, E soll laufen nach da. Das ist mein Weg. So, und zurücklaufen tut er ja dann wieder mit freiem Willen. Deswegen müsste er die Flasche sehen. Und die ignorieren. Weißt du was? Ja. Hast du nun Erfolg. Das war kein Problem. Bin auf dem Weg. Das war kein Problem. So, ähm. Die beiden möchte ich ungern hier einfach rumliegen lassen. Was ist denn hier? Krankenstation. Tag. Bin euer Chef. Dieser Gift. Das ist mein Ding. Zu retten. Ausgefühlt. Das ist mein Ding. Hier gibt es so viel, was man finden kann. Ausgefühlt. Und auch finden muss. Also, dass ich jetzt zufällig das hier gefunden habe, das war ja... Ausgefühlt. Ja, dass ich jetzt zufällig gerade gefunden habe, war natürlich... Genau. Zufällig. Ich hasse solche Formulierungen. Ich nutze sie viel zu oft. Jawohl, Sir. Ähm. Da ist der nächste große Typ. Da drüben wird wahrscheinlich das wichtige Tolle sein. Ah, das will ich jetzt gar nicht. Geht weiter. Ich muss nicht, was ich sehe. Wann mal hier was. Wo geht's denn hier runter? Auch mal hier. Gibt's wieder Bettlagen. Okay. Okay. Ich muss mal wieder ein paar Bettlagen mit. Ja. Hallo. Das ist mein Ding. Es interessiert ja auch nicht, dass ich die Betten abziehe. Denken sich. Oh, wie zähre. So. Das war kein... Jawohl, Sir. Ach, das ist eine Tür. Muss man dranschreiben, weil... Ich hätte gedacht, das sei einfach nur ein Durchgang. Guck mal, es gibt noch einen zweiten Innenhof. Gut zu wissen. Ah, ja? Ah, ja? Ja. Siehst du doch, dass es einen zweiten Innenhof gibt? Nee. Aber da wird doch bestimmt eine Direktverbindung zum anderen Innenhof sein, oder? Nee? Nee, nee. Scheinbar nicht. Nee. Gibt's nicht. Okay, da kann man nicht langen. Ausgeführt. Zu Ihren Diensten. Ach, auch ein Offizier. Warum? Wo bin ich hier? Ich komm nicht mehr raus. Warte mal, ich hab doch... Ich kann doch hier... Ach, guck mal. Ähm. Bewahren Sie den Dieb? So, jetzt machen wir einen Zeiger, wo ich langlaufen soll. Gucken, raus. Wo ist der Pfeil? Hier? Ja. Da drüben. Dreh, dreh, dreh. Bin auf dem Weg. Lauf. Zeigen. Bin auf dem Weg. Ja. Ich nehme schon immer den kürzesten Weg. Ist ja nicht so. Zip. Zu Ihrem Diensten. Geht's weiter? Da durch. So war. Das ist mein Ding. Schön, der Cutter, oder was das ist. Hier bestimmt. Ja. Ja, toll. Das ist mein Ding. Jetzt bringt er mich nur bis zum Hof. Ist der Irre. Bin auf dem Weg. Ich kam hier raus. Nicht da. Zu Ihrem Diensten. Gehe jetzt nach unten erstmal, weil wir waren ja höhere Etage. Genau. Noch eins nach unten. Tipptidii. Und noch eins nach unten. Das ist mein Ding. So. Dann haben wir es endlich geschafft, wieder da zu sein, wo wir eigentlich rauskommen wollten. Nein, haben wir nicht. Verdammt. Zu Ihrem Diensten. Nein. Alter. Alter, da fängt er einfach an zu rennen. Ne, hier geht's aber nicht weiter. Das heißt, ich muss hier. Ich bin ja auch hier neu gelaufen. Bin ich außen lang gelaufen. Also tolle Architektur vom Schloss. Scheint sehr einfach zu sein, da durch zu navigieren. Nicht. Frage, jetzt habe ich auch da oben hinkommen. So. Oh ja. Hier war ich doch auch schon. Da rein dann. Genau. Das ist mein Ding. Ja. Warum? Warum rennst du denn los? Bist du nur... Oh. Das ist ein bisschen, ne? Kannst du hier einfach ins Wasser springen? Jawohl, Sir. Ja, einfach so von hier. So direkt. Nicht. Jawohl, Sir. Bin auf den Schloss. Schade. Ah ja. Genau. Einmal klick. Einmal klick. Bin ich jetzt? The fuck? Jawohl, Sir. Da. Und das ist... Nirgendwo. Hä? 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 Da streichen, Leute. Wo ist er denn? Ja, wo ist denn das? Ah, guck mal. Auch wieder so ein Ding. Hier in der Strick leider runter. Bin auf den Weg. Vielleicht stimmt das ja mit den Fenstern. Ich kann das ja mal ausprobieren. Jawohl, Sir. Da muss ich eine Etage runter und dann müsste auf der Wandseite hier Fenster sein. Das ist mein Ding. Aus dem ich nicht rausgucken kann. Ist übrigens auch das da. Aber ich frage mich, wer soll diesen verdammten Schlüssel haben? Bestimmt nicht niemand von hier, wie es immer ist. Können natürlich jetzt alle hier abballern. Jawohl, Sir. Da bin ich ja jetzt rumpallert, gibt es Alarm und dann ist er tot. Bin auf den Weg. Unser guter, armer, kleiner Typ da. Dieb. Wie auch immer. Mann. So, ich glaube, da geht es rein in den Innenhof und dann kann ich hochlaufen und wieder raus. Ach, danke. Wir holen dich gleich raus, mein Freund. Ganz ruhig. Ah. Jawohl, Sir. Äh, äh, äh. So. Also wissen wir jetzt, wir müssen das hier leerräumen. Also hier sind Fenster drin, da muss man doch irgendwie reinkommen. Oder? In dem Ding hier sind Fenster, das heißt, man kann da drinnen sein und rausgucken. Aber es gibt nirgendwo einen Eingang. Mysteriös, mysteriös, mysteriös. Nein, egal. Ja. Komm her. Achtung. Ja. Sieh mal dort. Sieh mal dort. Aufstehen. Aufstehen. Wenn schon wechse. Überlass das mir. Das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Damit sind wir außer Reichweite von ihm. Der seine Sicht nicht bewegt. Was er gleich tut. Schade. Greeny hat's nicht überlebt. Mission gescheitert. Nein, ich hab draus nicht gespeichert. Warum? Warum nur? Aber da kann ich einfach hier hinklicken und er läuft da einfach hin. Oh, danke. Oh. Warum hab ich denn draußen nicht gespeichert? Das stimmt mit mir nicht. Oh. Ich bin fertig mit der Welt. So, meine Freunde. Im nächsten Part werden wir dann... Also, ich laufe jetzt hier noch während der Verabschiedung weiter. Im nächsten Part werden wir dann weitermachen. Indem wir das Schloss infiltrieren und halt den Rest holen. Unseren Spion befreien. Ach, quack. Den Dieb. Die Spion. Ja, ist der Dieb. Den Dieb befreien und... Ja. Mehr gibt's auch schon nicht zu sagen. Das werden wir im nächsten Part tun. Wenn's wieder heißt, Kommandos 2. Ich werde jetzt noch hier hingehen. Den einen hier noch ausschalten wieder. Aufstehen bitte vorher, Greeny. Stopp. Kuh. Töten. Na, ich muss ja nicht töten. Ihr wisst, was ich meine. Nehme ihn mit. Und... Na, 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 na. Runter. Zwei. Und hier hinkriechen. Und du kriegst hier auch hin. So. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Ich speichere hier. Und... Dann sehen wir uns genau wieder hier. Nur, dass ich jetzt noch warte, bis die beiden anderen hierher gekommen sind. Also, bis dann. Tschüss.